Und da sind wir wieder so. Jetzt wollten wir mit Natti quatschen. Aufträge, nicht Karte. Ja, wir können einfach auch die Karte machen. Ich wollte da aber eigentlich ohne. Ich wollte ohne Navigation hinlaufen. Weil ich teilweise mich manchmal gerade in meinen privaten Spielständen manchmal Ecken noch finde, wo ich mir denke, alter, wo ich dann denke, ja, let's play, spielst du dachten, bin ich nur noch so, in Anführungszeichen, wenig in Hogwarts unterwegs. Ist ja wirklich so. Und gerade mit einem Slytherin Spielstand bin ich wirklich noch, ich glaube, ich habe drei oder vier Spielstunden mehr mit dem. Und den spiele ich auch auf schwerer. Ja. Gut. Deswegen. Mit meinem Ravenclaw, äh, gewürfen durch den Spielstand bin ich sogar nur drei, vier Stunden hinter dem hier. Mach ich jetzt überhaupt ansatzweise die richtige Richtung. Ja. Gut. Ähm. Weil ich halt jetzt muss ich halt labern und den privaten, da kann ich einfach nebenbei oder teilweise halt schon so, wie man, wie das halt immer dann so, äh, geht. Gut. Kann ich auch noch mitten in der Nacht zum Beispiel machen. Das störe ich ja keinen. Aber jetzt. Da. Und. Muss nicht so hundert Prozent konzentriert sein. Also da habe ich schon, bin ich schon am schnellen gefällt, wenn ich mir gedacht hab, aja, ja. Die Konzentration ist nicht mehr da, ist schon spät, war schon ein langer Tag und so. Wo ich mir dann immer denke, okay. Ein Versuch noch. Dann. Aber für euch. Möchte ich ja frisch ausgeschlafen sein. Oder. Voll konzentriert sein und direkt renne ich gegen eine komische Säule. Und wir haben gerade Nacht. Egal, da müssen wir halt eben warten. So. Wow. Ich bin mal auch gespannt auf den Frühling. Äh, den. Der ja auch bald kommt. So, Neidy, wo bist du denn? Da. Ja. Dann warten wir mal eben. Manche Tage sind schwieriger als andere. Wow. Das schmeckt gerade. Ja, natürlich schön. Wow. Das ist echt schön. Eben gucken. Vielleicht dieser Baum hier nochmal. Das weiß ich gar nicht, ob es das eigentlich gibt. Ähm. Quasi jahreszeiten-spezifische. Vorher gesagt. Okay. Okay. Ja, ich bin da. Nati. Ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters. Und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Äh. Äh. Schwierig sowas. Es ist nicht deine Schuld. Was? Äh. Nimm das Unterrafen. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Das glaub ich aber auch normal. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rickwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an. Und lassen Menschen wie Archie Bickel die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Nati. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Ja. Wo ich mir halt... Das... Das ist halt so super aus, wo ich mir denke in A Ruthering World so... Wie kann sowas? Vor allem... Das war ja ne Muggelwaffe. Hätte der die... Der die nicht ohne Probleme easy... Ab... Prallen lassen können? Mit nem Protego? Oder hätte sie sie umlenken können? Oder hätte sie zurückschleudern können? Oder so? Und... Oder... Wieso stirbt der an so ner Verletzung? Wie ner Schusswunde? Da gibt es doch Zauber. Heilzauber für. Die solche Wunden verschließen. Also das verstehe ich. Das verstehe ich halt manchmal nicht. Aber man... Das Problem jetzt ist... Ich kenn ja nur... Die... In Anführungszeichen... Modernere Wuthering World. Von Harry Potter und so. Wir sind ja jetzt nochmal knapp 100 Jahre früher. Na... Da weiß ich natürlich jetzt nicht wie es... Weit oder welche Zauber es... Da schon gab oder so. Nur... Ja. Gut. Weißt du was wir mal eben machen? Wir waren schon ewig nicht mehr in unserem Gemeinschaftsraum. Wir gehen da mal eben hin. Ist ja direkt hier... Falsch gelaufen. Müsste nach da unten. Und auch sowas. So... Dass man nicht... So... Die Geländer springen. Kein Job. Und wir müssen... Wir gucken auch mal eben in der Küche vorbei. Da müssten ja jetzt... Okay. Müsste ja jetzt richtig anderes Essen hier auf den Tischen stehen. Ist ja gesund draus. Ist ja so ein Obstkorb. Ein paar Füß. Ups. Sorry. Aber das ist jetzt nicht gerade weihnachtlich das Essen. Sehr viel Obst, was mir auffällt. Und so putzen den Boden. Oh, ein paar Nüsschen. Wow. Irgendwo gehen wir laufen. Gut. Äh... So können wir jetzt vielleicht hier hoch? Was ist das an der Tee? Guck mal. Die Gehafte auch hoch. Es ist ja auch voll das Schlichting. Sie fällt nicht runter. Ich will hier auch rauf. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es da vielleicht zu den Mädchenschlafseelen geht. Hm. Ich kann mir vorstellen, weil da sind ja auch so Türen. Und da oben... Ich wünschte, wir könnten was gegen den Schulleiter machen. Oder die höheren Klassen. Das kann auch sein. Ja. Gut. Alles klar. Ähm... Wir müssen doch theoretisch auch noch ein Akkio-Duell spielen, oder? Ich mach mal... Die Pulsorätselraum 2. Aha. Ich mach mal eben hier eine Schnellreise hin. Und von da aus kann ich dann auch mit dem Besen Richtung Poppy fliegen. Und da muss ich auch noch quatschen. Oh nö. Oder muss vielleicht erst eine neue Jahreszeit dafür kommen. Das kann natürlich auch sein. Dann M. Die Weltkarte. Da ist die Poppy. Was haben wir hier? Joppa. Äh... Hier ist auch nur eine Kampf-Arena, die ich noch nicht fertig hab. So. 2000 Meter. Das kriegen wir noch ein bisschen mehr da. Ja. Was kriegen wir eigentlich als... Für Gelohnungen? Wenn wir hier diese... Ballons kaputt machen. Das scheint der oberste gewesen zu sein. Was ist das eigentlich gar nicht? Ich mach das halt nie, weil... Was ist das eigentlich gar nicht? Und dann... Piu. Ja, Bäume. Kein Problem von... Schliegen wir einfach durch. Sieht so toll aus. Ich weiß, ich wiederhole mich. Sieht halt wirklich toll aus. Hiefenruine. Geil, der Bus hat sich schon wieder aufgefüllt. Ein bisschen höher... Ach ja, die... Oh. Die sahen auch schon mal besser aus. Machen wir ganz viele Gegner. So. Aber okay, guck mal, wie schnell man inzwischen mit dem... Wesenbilden vorankommt. Dritte... Verbesserung. Ich glaub, dass der jetzt auch was... Schneller ist als... Vom Gefühl her, würde ich jetzt auch sagen, ist der schneller als der Hippokal. Da können wir nicht lang... So. Ähm... Alles klar, Mühle. Okay. Guck mal, wir fliegen die ganze Zeit... Mit dem Bonus... Speed. So, da ist der Papi... So. Klopp. Oh. Hallo. Wo ist die denn da oben? Mysteriös und beunruhigend. Mein Gott. Was soll ich tun? Die ist da, wo ich mich noch gefragt hab. Oh, das sieht viel zu schick aus, um nicht nochmal relevant zu werden. Auch wenn wir aktuell... Nur Papi da treffen, aber... Dann ist das die Höhle der Schnatzer. Bestimmt. Endstafften. Die sind in der Nacht da. Da... Bin... Hier. Hi. Jetzt. Hi Papi. Papi. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht. Aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Wir müssen diesen Mondstein suchen. Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Warum meidet man diese Höhle? Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nachtreibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Ja, alles klar. Ab in die Höhle. Wenn wir mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Dann ab in den Mondsteingarten. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, wo ist Poppy? Wow. Okay. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Einfach spinnen, okay. Ich glaube, ich nehme erstmal hier den Weg. Gut. Geil. 37 München. Das hat sich gelohnt. Okay. Entshaft. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das war ja läppisch. So. Dann durch die Tür, die ich gesprengt habe. Wo ich es in der Pulser auch getan hätte. Wow. Nein, München. Nein, München. Alter. Ja. Ähm. Ähm. Ja. 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 Ah, ich bin voll. Okay, ähm. Gehen wir erstmal hier rum. Okay. Hier müssen wir eine Motte reinpacken. Das ist immer gut zu wissen. Die Frage ist, wo ist die Motte? Die Motte müssen wir finden. Ich kann mir vorstellen, dass die Motte... Okay. Hier ist auch noch irgendwas. Okay. Da ist eine Motte auf alle Fälle. Oder habe ich irgendwo noch? Ah, da. Gehen wir doch nicht so rum, Papi. So, die bringen wir schon mal hier hin. Ah, da brauchte ich jetzt die Pulser für. Oh. Oh. Ah. So, jetzt bin ich hier oben. Wow. Hier gibt es nur eine dicke Truhe. Es gibt nur München drin. Oh ne. ne neue Brille sonst ist hier nichts sorry Papi, hier ist noch Loot gut, dann gehts hier offiziell weiter ja alles klar, episch ok dieser komischen Vögel ich hab welche, die sind eigentlich ganz knuffig wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird ja, hopp ne, hier Aki, ob er wieder Aki ok, das bringt mir gar nichts ich finde die Musik ist ein bisschen zu überdramatisch warum bin ich nicht überrascht? erst die Fupa und jetzt das Aki so ne Motto ok ok mhm ich denke, wir wollen den Motten finden und wo, wo, wo wo, wo sollen wir die rein? warte Die habe ich übersehen, die Dinger. Hm. Oh mein Gott. Also, im Unterkreis ist das hier und geht da drunter. Da ist keine Motte. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Hm. Packen wir da. Und da, dann geht da drunter. Da ist die andere Motte. So. So. Die packen wir mal hier drauf. So. So. Nee. Und wer machen die los und dahinter? Sollte. Oh, großer Tisch. Okay. Nee, ich brauche jetzt den Bulldozebruch. Du, ich packe den mal hier auf Reparo drauf. Die Bulldozebruch. Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Pack hier. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir... Okay, irgendwie hier hoch müssen wir anscheinend ja nicht. Die blöden... was ist das eine gewisse Luhmuss. thought ich nicht, was das nicht einmal sahte. Aber ich sage diesen, was ist das eine Musik an Mine. Da war eine Musik an. Die blöden oder wassagt. die frage ist, hier ist noch was zum tauchen die frage ist hoffentlich komisch, wieder aus diesem wasser raus so, poppy, ich wollte gerade sagen, poppy taucht sofort einfach auf ok also hier können wir schon durchkriechen, ok hier haben wir nur Loot oh, naturblauer Mosaikumhang süß hier, geh mir nicht abonniße, blöde fröter, danke ok wow also ich glaube das ist nicht nur einfach ach du kack, wo geht es denn hier noch lang ich verlaufe mich hier doch nur ok, zack ok, da haben wir auch nochmal ein Trühchen oh, guck mal Bäume paar Münzen wow, also die Höhle ist ja oh, hier ist noch gut ein Pflaumenfarbener Samtumhang der hat mir noch gefehlt geil wohl dieses Pflaumenlila das ist schon eine schöne Farbe ich hab ein Hollisterpfollow bei so einer ähnlichen Farbe der ist super fluffig ich hab das Gefühl, dass das hier nicht der richtige Weg ist also, oder wir kommen wieder gleich, hoffe ich irgendwie, entweder ist das der richtige Weg eh ah hier hier waren wir ja schon dann müssen wir wieder in die Richtung also und jetzt müssen wir an den dingern drehen so und die mücken und hier und von da hatte ich jetzt eine sache nimmst du die mücke die ist einfach und nochmal drei aber durch die tür gehen wir jetzt in der nächsten folge bis dahin tschau du hast es geschafft